Köln, diese Nachricht sorgte bei vielen Fans für Erstaunen, Pietro Lombardi, 31, macht gemeinsame Sache mit Bion Katilatu, 39, dem aktuell größten Widersacher von Oliver Pocher, 45. Das Erstaunliche, der DSDS-Juror und Olli sind seit Jahren gute Freunde. Jetzt kommt es noch härter für den Comedian, denn Pai verriet dem Motivationskutsch zahlreiche persönliche Dinge. Beim Talk-Format Unspucken, das Bion gemeinsam mit dem Fußballstar Marco Reus von Borussia Dortmund entwickelt hat, wurde es dann auch ganz schnell emotional. Ich habe sieben Jahre mit meinen Eltern Kontaktabbruch gehabt, so der frühere Gewinner von Deutschland sucht den Superstar und gab zudem zu, dass er zuvor noch niemandem davon erzählt habe. Mittlerweile bereut der Verlobte von Laura Maria Reiper, 27, diese Entscheidung, auch wenn er jetzt wieder Kontakt zu seinen Eltern habe. Weil ich einfach dumm, jung und dumm war. Kurz nachdem der gelernte Pizzabäcker die achte Staffel der RTL-Casting-Show gewonnen hatte, begann er, sich von seinen Eltern zu distanzieren. Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum das passiert ist, sagte der 31-Jährige. Doch der zweifache Vater hat auch eine Vermutung, weshalb es zu den sieben Jahren Kontaktabbruch kam. Seine Eltern hätten ihm nach seinem Sieg bei der Musikshow gesagt, wie stolz sie auf ihn wären. Etwas, was sie ihm zuvor nie mitgeteilt hätten. Pietro Lombardi führt mittlerweile ein glückliches Familienleben. Bei der Geburt seines Sohnes, Pietro Lombardi lässt seine Eltern im Regen stehen. Extrem wurde es dann, als Pietros erster Sohn Alessio, 8, zur Welt kam. Denn sein Sprössling erblickte mit einem Herzfehler das Licht der Welt. Vor Sorge kamen seine Eltern zum Krankenhaus, doch er habe sie unten einfach stehen lassen. Ich kann dir nicht mal eine Antwort geben, warum das passiert ist, so der musikalische Ziehsohn von Poptitan Dieter Bohlen, 69, und führte weiter aus. Ich hatte da schon sechs Monate Kontaktabbruch mit meinen Eltern. Allerdings kann sich Pietro nicht erklären, wieso das Ganze passiert ist. Ich weiß nicht warum, irgendwas war in meinem Kopf. Außerdem gibt der Cinderella-Interpret zu, ich war ein schlechter Mensch. Viele emotionale Worte vom Sänger, die bisher kein anderer Mensch zu hören bekommen hat. Nicht mal Oliver Pocher, der zu seinen besten Freunden gehört. Dafür jetzt aber dessen größter Widersacher. Ich weiß nicht warum, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist. Ich weiß nicht warum, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist. Ich weiß nicht warum, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist, was das Ganze passiert ist.